Woher stammt unser Wissen zu den Städten der Griechen und Römer? Wo arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit antiken Städten beschäftigen? Auch wenn es Sie vielleicht überraschen wird, der wichtigste Arbeitsort ist die Bibliothek. Eine wie die hier am Institut für klassische Altertumskunde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit ihren ungefähr 25.000 Bänden. Natürlich spielen auch archäologische Ausgrabungen und die dort getätigten Funde immer noch eine große Rolle für die Rekonstruktion antiker Städte. Für die Auswertung dieser Funde sind aber Bibliotheken wie diese hier in Kiel unerlässlich. Die Erforschung der Städte der Griechen und Römer kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Die ersten wissenschaftlichen Ausgrabungen fanden im 19. Jahrhundert in Pompeji und Rom, in Athen, in Pergamon und Ephesos statt. Durch den Einsatz einer großen Anzahl an Grabungsarbeitern war es möglich, innerhalb kurzer Zeit große Flächen freizulegen. Dabei waren nur jeweils wenige Archäologen tätig. Der Hauptaugenmerk der Arbeiten lag auf den wichtigen Gebäuden einer Stadt, den Tempeln, Theatern und großen Platzanlagen und auf herausragenden Funden. Der Dokumentationsgrad dieser Arbeiten entspricht nicht mehr unseren heutigen wissenschaftlichen Anforderungen. Nichtsdestotrotz sind die großen Bände und Publikationen dieser Ausgrabungen auch heute noch von Bedeutung für die Forschung mit ihren sehr detailreichen Beschreibungen und den genauen Plänen. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden dann die Ausgrabungstechniken immer weiter verfeinert. Die Beobachtung der verschiedenen Bodenschichten, der sogenannten Stratigraphie, wurde immer wichtiger und damit auch die Möglichkeit, Funde genauer zu datieren. Gleichzeitig veränderte sich auch die Sicht auf den Forschungsgegenstand. Es wurden nun nicht mehr nur Theater, Heiligtümer und Platzanlagen in den Blick genommen, sondern auch Werkstätten, Häuser und Stadtmauern. Heutzutage sind bei archäologischen Ausgrabungen ganz unterschiedliche Disziplinen beteiligt, sowohl aus den Geistes- als auch aus den Naturwissenschaften. Es arbeiten Archäologinnen eng zusammen mit Historikern, Numismatikerinnen, Vermessern, Architektinnen, Biologinnen, Geophysikerinnen, aber auch Geografen sowie vielen anderen Disziplinen. Durch diese Zusammenarbeit gewinnen wir eine große Menge unterschiedlicher Daten, auf deren Grundlage wir das Leben in antiken Städten rekonstruieren können. Gleichzeitig wird die Auswertung archäologischer Ausgrabungen auch immer aufwendiger. Heutzutage interessieren uns also nicht mehr nur die großen, herausragenden Gebäude einer Stadt, wie die Tempel, die Platzanlagen oder die Theater oder ausgewählte Funde, sondern wir möchten das Leben in einer antiken Stadt rekonstruieren. Dabei helfen uns sowohl die archäologischen Feldforschungen als auch die Auswertung dieser Funde in den Bibliotheken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017